ja und damit herzlich willkommen zurück zu elenoir dies ist der letzte fall im mordeternat und dieser fall ist etwas anders aufgebaut als die felix vor und zwar müssen wir hier quasi eine schnitzeljagd durch die ganze stadt machen weil der black dahlia killer uns in der ganzen stadt solche hinweise hinterlassen hat wie wir sie gerade da auf dem tisch sehen und ja die vorgehensweise ist halt anders wir fragen diesmal keine zeugen wird ein bisschen kniffliger sage ich mal deshalb habe ich mir auch mein handy zur seite geholt um die verschlüsselten botschaften leichter zu entziffern das hat ganze auch ein wenig zügiger vorangeht und es handelt sich halt ziemlich viel um poesie in diesem fall da will der killer uns ein wenig in die bredouille mitbringen und bisschen in das licht führen das ist dann doch ein bisschen vieles gut auf jeden fall finden wir an jedem ort solche text passagen wo immer ein hinweis drin versteckt ist auf den nächsten ort an dem wir an dem wir gehen sollen noch eine schnitzel von der shelly-poem wenn die note ist von der dahlia-maniac die definitiv also killed teresa terrelts mal und ich agree aber woher das bleibt uns wenn das ist die dahlia-killer und er ist responsible für die terrelts und murder nicht zu mentionen die muller hang auf ein moment skipper let me finish rusty we have five birds in hand and none in the bush the department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first your careers will be over for a start gentlemen looking in wonder oh fuck it i knew this run was too good to be true i hid myself within a fountain in the public square you like that stuff what is supposed to be supposed to be supposed forget what it's supposed what does he want where are you going with this call he's obviously taunting us he believes he's far more intelligent than we okay it's some kind of story right a guy that god hates change him up it's an allegory rusty a what story with two meanings a symbolic meaning but that's what he wants us to think could he be using it literally within a fountain in a public square could it be that easy somebody tell me what the fuck is going on the fountain in pershing square come on we have a clue captain thanks right be careful phelps this is his game you're playing now yeah but perhaps this is the only option in which we play his rules he wants a five star god damn wedding when is america going to understand it's not about it's not about you it's not about you mouthpiece or strips off me at the grand jury case got thrown you drive i need to go over the case notes you know fadu rusty rusty rustiger rusty all those cases what have i been telling you all along we've got to get this guy i know enough women have died yeah and it's our asses on the line too phelps you heard what the captain said the department is not going to take responsibility for all those bad convictions success is a double-edged sword let's just get this sick pervert and have it done with genau also auf zum percy square wer haben wir doch schon elizabeth short Und was haben wir da Schönes? Eine weitere Textpassage. Weiter geht es jetzt zum DAT-Archiv. Das denken wir schon, oder? Stadtplan, Karte, Stadtarchiv. Hier ist ein Pueblo de los Angeles. Ah, wir müssen aber hier hin. Komm, come Rusty. Komm, Rusty, gib Gas. Gib Yubi. Hier ist es wirklich ihn, der Mann, der Dallium, der Dallium, und ihr glaubt das, er führt uns. Es ist sein Spiel, Rusty. Du hast jemanden zu holen, aber er ist extremst gefährlich. Ich wundere, wenn er schnell verletzt wird. Es ist einfach so. Es ist mir auf den verdammten Boden. Wir haben diesen verdammten, und wir bekommen die Zeitungen. Ha! Was für ein Tag, um ein Kampfer zu sein. Das Pencil-pushing-Parker wird mich nach dem drücken können, nachdem ich mich abgedrückt. Bürohengst. Und da wären wir am Stadtarchiv. Wollen wir mal reingehen. Da sehe ich doch schon was liegen da oben. Danke. Vielen, vielen Dank. Komm Rusty, gib Gas. Da geht's hoch. Ich gehe raus, Rusty. Better du, als ich. Be careful. Das könnte sein. So, wir sind hier. Und eine neue Strophe. In Tempeln hervor, von Aug und Ohr, auf allen Künsten der Museen erbaut, aus mummelnden Wellen entziehenden Quellen den weiße-thetischen Schwingen bebaut. Aha. Von dem Tempel's high of man's ear and eye, roofed over sculptures and posy. Where have I seen that? Hoi. Holy Macaroni. Alles zerstört hier. Puh, das war zu nah. Ja, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Another Dahlia climb? No. A yellow gold wrist watch. A molder dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. You can drive. And where exactly are we going? And where exactly are we going? And where exactly are we going? A startbuchery. Und where exactly is. A startbuchery. Ich habe dich jetzt, Genieus. Wir kommen für dich. Mal gucken, ob das so einfach wird, den zu schnappen. Sooo. Ja Rusty, dann bleib du da. Und ich mache die Arbeit. Sooo. Wollen wir hier hoch? Mann, Mann, Mann. Hallo? So. Ja, den scheiß Hut verloren. Hier hoch. Springen. 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 Klettern. Copy. Klatnik. Jedenfalls ein Schritt zurück ist ein Schritt, in der richtigen Richtung. Und hier wieder runter? Kompliziert, da hochzukommen. So, wo muss ich jetzt hier hin? Na komm. Ja, da liegt doch was. Und hier der nächste Hinweis. Hm. Okay. 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 Okay, der geht von selber runter. Hm. Hallo? Ich würde gern die Karte aufmachen. Okay. Okay. Äh. Okay. Just. Okay. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss jetzt auch mal hier gucken. Ich habe gerade keine Ahnung. Da. Gut. Genau, Rusty, du kennst doch den Weg, also fahr. Genau, Lua. Ich hoffe, du bist richtig, Cole. Du bist bekannt, wenn wir diesen Fall machen. Gut. 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 Let's do it. Very funny. Woah! We're gonna move on Cole, those bores are sinking. You want to end up like the other fossils? The gangway snakes around, Spel. Can you see it through the tar? Steady. How you doing out there? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing. Woah! Easy. You don't want to fall in now, Phelps. That's at the forefront of my thinking. What? Okay. so ach, der Schuh Tja, der hat uns ganz schön in der Nase rumgeführt Eine Sphäre, die so viele tausende Sphären Okay, woher bist du jetzt? Ich glaube, du weißt, wo wir jetzt hin müssen Das ist die Frage Das ist die Frage, die wir lösen müssen Das ist die Frage 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 Ich bin ja mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt hier in dem Fall sehr, sehr vertrackt Das ist die Frage Das ist die Frage Das ist die Frage Das ist die Frage Okay, wo geht's hier rein? Hier Ja Oh Rusty Hm Es gibt ja nur den einen Weg hier, oder was? Das ist die Frage 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 Okay. 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 What should I do? I want to belong to Celine Axford Henry. Okay. Let's go. Let's go. Obelisken schauen. Ja, aber Rusty, ich weiß, wo wir hin müssen. Also... Das war... wo war das denn? Hier, gell? Nein. Da! Intoleranz-Filmset. Komm Rusty, beweg die alten Knochen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Komm Rusty! Komm, steig ein! Wir müssen wissen, ob wir ihm sind. Der Titan-Guy, der mit Gott hat. Sehr gut. Du denkst, ob du etwas Schelle readst? All das Egghead-Stuff? Ich steig mit den lustigen Pappen und den Formen-Guy. Sie schlafen besser am Nacht. Unis-A-Citizen. 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 Just ignore this turn, keep on straight, you need to turn left at the next junction, straight on. The Intolerance Set, 5 Set. There's a drone up there. Richtig, jetzt müssen wir noch da hinkommen. GrafikAouse also mit der Contemplolog nehmenente Blühstoff. Wir werden jetzt nicht den strony Problem falleilen. Oh, da geht's los. Chach chach, chach chach, chach chach chach, chach chach. Chach chach my god. Hier weiter, oder? Jesus, now look what you did. Hang on, Paul. I'll get you off of there. You gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. Holy Macaroni, ey. So. Links die Leiter nach unten. Daheri. 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 Okay. Eveline Summers. Eveline Summers. To Christcrown Church. The place he calls home. End of the line. Oh the top. No, 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 no! Come on! Holy moly, fällt jetzt das ganze Ding da zusammen oder was? Die Triple Crown Church Reviser heißt Christ Crown of Thorns Hier bin ich. Schau mir raus, Rusty. This guy has been successfully slaughtering their daughter for half a year, maybe longer. He researches who he kills, and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters in the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. We would have four executed men on our conscience and have been happy about it. Why else is he doing this? You're the new face of the department, Felton. Okay. So, dann wollen wir hier rein. Die ist aber ziemlich verlassen. Aber warum brennen die Kerzen? Nichts haste, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrance. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Do you remember me, detective? The temp bartender. Yes. You found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Okay. Where did he go? Down the tunnel? We can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. There must be another room for him. LAPD, gib yourself up! LAPD, gib yourself up! LAPD, gib yourself! You realize this must have been the place, Rusty. If we could bring him in alive, there's enough physical evidence for an airtight case. You heard him, Cole. He's fucking nuts. What are the chances of hauling him out of here alive? I hate to think what he's done with this thing. Medical experience, maybe? At least some working knowledge of biology. He's cruel and he's methodical. It's the basis for all his riddles. Prometheus defied the cruel gods. This guy thinks he's doing the same thing. Defying gods can be hazardous to your health. We're going down there. I'll go. Call for backup and keep an eye on above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. You're an interesting man, detective. Why the police? You're obviously overqualified. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Do you think we have something in common? Surrender now or I will use deadly force. Not to lie. Wait. . I thought... This thing has come to an answer. You know that. . . Was ist das denn? Was ist das denn? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Surrender now or I will use deadly force. I will use deadly force. I will use deadly force. I will go. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. You're an interesting man, detective. Why the police... What the fuck? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Do you want me to sense you're looking for personal redemption? Are you acquainted with slaughter? Have they trapped you? Have you felt the fear? Understood the power? Surrender now or I will use deadly force. My God. Let's see if that's enough. I think Phelps and I should get a medal for this. And this is gotta be the case of the year, right? The case of the central, when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of them. The city owes you both. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we got to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boards of Ad Vice. My hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your promotion. Thank you. 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 Tja. Scheiße, ne? Ach, trotzdem. 5 Sterne. Jawohl. Mordkommission abgeschlossen. Du hast hier für deine Leistung und eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Gefundene Hinweise 15 von 15. Verhaltensweise super korrekt. Notizen. Der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst. Deine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Befördert. Sittendezernat. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war der letzte Fall im Morddezernat. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei der Sitte. Bis dahin, haut's da rein. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und bis in einem anderen Video. Ciao. Das war's.